Das Bild hinter mir habe ich als Ungewöhnlichkeit genannt. Ich hoffe und ich denke, ihr könnt alle die berühmte Schauspielerin und Sozialaktivisten Brigitte Bordeaux kennen. Brigitte Bordeaux ist für mich eine besondere Frau. So habe ich sie kennengelernt und so, wie ich sie empfunden habe, wollte ich sie in meinem Gemälde widerspiegeln. Ich liebe Menschen, die anders sind. Ich liebe Menschen, die sehr kreativ, zielstrebig, besonders sind, charakterstark sind. Sie eigene Prinzipien haben und zu diesen Prinzipien stehen. Das ist für mich auch Brigitte Bordeaux. So sehe ich sie und so habe ich versucht, sie in meinem Gemälde wiederzugeben. Ich hoffe, das gefällt euch.